Hier ist die Mailbox von Juliette Moirond. Hinterlassen Sie mir bitte eine Nachricht und ich rufe zurück. Sie fanden die Leiche meiner Frau. Sie ist in die Schlucht gestürzt. Wer ist der junge Mann? Den kenne ich nicht. Sie wollte mich auf keinen Fall verlassen wegen ihm. Wer ist der Typ? Man hat keine Affäre, wenn alles gut ist. Aber so richtig glücklich war sie wohl doch nicht. Laut Gerichtsmedizin war sie schon zwei Stunden tot, als ihre Leiche vom Bach mitgerissen wurde. Madame Moirond hatte einen tödlichen Sturz, der nicht in Verbindung mit dem Hochwasser steht. Wenn die Polizei dir Fragen stellt, dann sagst du, du hast Freitagnacht geschlafen. Ich will nicht, dass du darin verwickelt wirst. Totschlag? Können Sie mir sagen, was Sie um diese Zeit da gemacht haben? Was war in diesem Müllsack? Lison, wenn du was weißt, musst du es sagen. Diese Lüge ist pures Gift. Er hätte dich das nicht tun lassen dürfen. Alle lügen mich an. Jeder benutzt mich. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich bin erledigt. Die Wahrheit ist für alle das Beste. Ich darf es sehen. Glaubst du, ich habe sie getötet? Ich darf es sehen. Untertitelung des ZDF, 2020